Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC. Es geht rein in die Rallye Skandinavien, Benefiz, Winterrennen. Skandinavien, soweit ich weiß, und ich habe nochmal stark nachgedacht, wir hatten es glaube ich wirklich noch gar nicht, dieses Rallyeland. Deshalb, rein geht's, Gruppe A, haben wir da was? Ja, aber nicht in der Lackierung. Ich habe zu meiner letzten Folge gesagt, hier, ne, das wunderschöne, legendäre blaue Design auf dem Weiß und Schnee, perfekt. Ich wollte aber dennoch wieder eine eigene Lackierung machen, deshalb ist es natürlich blau geworden. Und, naja, ein bisschen moderner in einem alten Auto. Äh, rein geht's. Jeet. Achso, das Team, ja, ist ja egal. Kommt rein, kommt mit, seid dabei. Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Wohltätigkeitsevent hier bei der Rallye Skandia. Ein Blick auf die Wetterlage zeigt uns, dass die Sicht an diesem Wochenende ein Problem sein könnte. Wie Sie auf unserem Bildschirm sehen können, fällt der Schnee ziemlich stark und es wird noch einige Zeit so weitergehen. Sicht wäre schon gut, wenn sie da wäre. Aber gut, wenn es nicht zum offiziellen WM-Lauf gehört, dann gibt es auch wirklich kein Text, was hier vorgelesen wird. Willkommen bei der Rallye Skandia. Skandia. Hier musst du präzise fahren, denn der Schnee macht es technisch anspruchsvoll. Skandia. Ähm, Bodenfreiheit erstmal hier sympathisch, paar Ticken hoch. Und das sollte eigentlich erstmal sein. Zur Not noch ein bisschen, äh, ne, Vorspur. Bisschen bremsen, aber gucken wir erstmal was, obwohl... Ne, 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 gucken wir erstmal was für Reifen wir mitnehmen. Wir fahren... Oh. Achso. Achja. Schnee-Rallye, da war ja was. Das war ein bisschen dumm. Rein geht's. So, H-Schaltung unter Sekundiell. Was hat das Ding? Dieses schöne Ding. Start sechs rechts, leicht links, viel Blick. Okay, H-Schaltung. Weiß ich Bescheid. By the way, die Pidalerie ist geputzt. Drei, zwei, eins. Jetzt war ich zwar keine WC1, wo man das halt direkt sieht. In leicht links, 150. Ob die Pedale zittert oder nicht. Fünf rechts kurz. In sechs links. Ah, da brauche ich einfach Vertrauen in mich selbst. In Brücke. Dass das... Oh, alles schon richtig ist. Und aus über Kuppe, 70. Vier links kurz. Und links über Kuppe, 60. Okay, die Rele hatten wir wirklich nicht. Fühlt sich ja alles maximal neu an. In drei rechts kurz. Ich glaube, wir kratzen jetzt schon bei Folge 80. Und sechs links. Über 80 sind wir, glaube ich, schon. Und links über Kuppe. Dass wir das noch nicht hatten. In fünf rechts rechts. Und scharf links. 50. Eins rechts. Mach zu. 30. Kuppe, 60. Späte fünf links. Übersprung. Und vier links. 150. Oh, ist auf jeden Fall aber einer der rutschigeren Rallys. Wenn ich jetzt auch jetzt mit Schweden vergleiche. Okay, das ist eine Nesca-Kurve. Merken wir uns für den Run. Da fahren wir ordentlich vorbei. Äh, Gesamtwertung. Ja gut, kann man jetzt schlecht vergleichen. Aber ich glaube, ich gönne mir noch einen Run. Ich gönne mir noch einen. Lütten. Aber wird sich ja noch einer gegönnt. Start sechs rechts. Leicht links. Ich will hier nochmal schnell Lackierung präsentieren. Das ist sie. Guckt es euch an. Die sieht gleich wieder anders aus. Witzig. Ich will doch gleich irgendwo gegenfahren. Go. Sechs rechts kurz. In leicht links. 150. Über Welle. Fünf rechts kurz. In sechs links. Über Welle. Ah. In Brücke. In fünf links. Macht auf über Kuppe. 70. Vier links kurz. Und links über Kuppe. 50. Zwo rechts scharf. 40. Kuppe. In drei rechts kurz. Das läuft schon besser. Das ist nicht daran, dass ich mir die Strecke gemerkt habe, weil, was ich ja schon wieder nicht mehr, wo die nach dem Start die erste Kurve war, ob es links oder rechts war. Und scharf links. 50. 1 rechts. Das muss ich auf jeden Fall. 30. 60. Späte fünf links. Übersprung. Und vier links. 150. Oh. Ja, da sieht man wirklich, die Lernkurve einfach. Äh, ist wirklich die, 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 die. Späte fünf links über Kuppe. Von der Wasserfrage her, die, 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 die ebenste Grade, die es jemals gab. Okay, gut. Das ist eigentlich, eigentlich bräuchte ich noch ein Service, äh, ein Service Run. Äh. Hm. Shakedown. Kurz vergessen, wie das Format hier heißt. Aber, ne, das reicht. Äh. Äh, Reparatur ist halt sehr großzügig. Aber nach dem Shakedown komplett normal. Und jetzt nochmal vielleicht nochmal kurz ins Setup rein. Vielleicht das Auto ein bisschen, ein bisschen mehr quer kriegen auf der Bremse. Das wäre doch mal was. So die Standard-Dinger. Bop, bop, bop. Bop, bop. Und sonst. Passt das, glaub ich. Rinn. Im Saal. Nun. Eins von vier. Könnte eine oder zwei folgend werden. Hier wird sich nicht geschlagen. Jetzt, Obacht. So, das sind fünf links. Dann diese in vier links, die noch frecher links ist, als die davor schon frecher links. Fünf rechts kurz, in leicht links, 150, über Wellen. Fünf rechts kurz, in sechs links, über Wellen. In Brücke, in fünf links, macht auf über Kuppe, 70. Oh, oh, oh. Vier links kurz, und links über Kuppe, 50. Zwo rechts scharf, 40. Kuppe, in drei rechts kurz, und sechs links, langsam, und links über Kuppe, in fünf rechts, und scharf links. Und rechts rechts, über Kuppe, in drei rechts, über Kuppe, in drei rechts, über Kreuzung, in rechts links, und leicht rechts über Kuppe. Nee, noch nicht, ne? Jetzt beginnt der neue Sektor. Der ist ja auch die Zwischenzeit, sagt. Kommen wir im neuen Sektor. Langsam, rechts rechts, über Kuppe, langsam, 50. Oh. 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 Ist der gar nicht flügig hier mit der Schnee. Vier rechts kurz, über Kuppe, 50. Vier links, halb lang, macht zu, 60. Leicht links über Kuppe, 40. Langsam, sechs rechts, in Kuppe, 100. Langsam, Kuppe, und Abzweigung, drei links, wird enger, macht zu, 70. Links über Kuppe, in vier rechts, lang, macht zu, drei, 30. Leicht rechts. Ja, das hab ich geahnt. Aber es war noch glimpflich. Oh, wow. Die Seiten sind ja wirklich ausstattet, doch. Da ist ja, fünf links, 40. Null, sechs, rechts, lang, 30. Leicht links, macht zu, 5, 50. Später vier rechts, macht zu, über Kuppe. Und leicht links, halb lang, 120. Fünf rechts. Und Kuppe, in leicht links, 80. Achtung, Sprung, und später fünf rechts, halb lang, in rechts über Kuppe, und sechs links. Und Kuppe, 80. Fünf rechts über Kuppe, halb 90. Oh, es wird wieder, oh, ja. Oh, Stahlbeton, Stahlbetonwende. Ich bin sehr unangenehm, das Fahrgefühl, weil wir weiß, da. Und leicht rechts über Kuppe, es ist zwar Schnee, aber eigentlich kann man sich das Graue Stahlbetonwende vorstellen. Und Kuppe, 40. Drei rechts. In Kuppe, 30. Leicht links, über Kuppe. In sechs rechts, sechs links, in Kuppe. In vier rechts. In vier links, macht auf, und leicht rechts. In vier links, macht zu, 40. Achtung, fünf links, wird enger. Kuppe, 30. Zwei rechts, macht zu, und sechs links über Kuppe. Und sechs links, halb lang, macht zu. In sechs rechts, über Welle, in leicht links, 50. Sechs rechts, macht auf, in links über Kuppe. Und fünf rechts über Kuppe, 30. Sechs links, halb lang. Wow, 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 wow. Wow, der Stahlbetonwende hat zugeschlagen. Das ist wirklich verrückt. Überziel, in sechs links, bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von drei Minuten, 52,8. Ich dachte eigentlich, diese Einladungsevents, das nächste Mal, ist eigentlich easy snack. Dann bräuchte ich gleich gucken, was ich mindestens sein muss, weil ich eh erster sein werde, aber Was muss ich denn so mindestens sein? Das ist jetzt so die Frage. Uiuiui. 23. Aber gut, nach der ersten Stage. Das wird hier noch besser werden. Habt noch ich schon Schaden? Nur ich habe einen Schaden. Ah, hier, lockere Räder. Räder? Ist das Haas-Team dabei? Wir haben uns dein Turbo-Problem angesehen und sind uns ziemlich sicher, dass es dich Leistung und Zeit kostet. Das ist gut. Ah, das ist schlecht. Wir sind im tiefsten Gefrierland. Also, Kühler ist doch eigentlich egal, oder nicht? Lenkung müsste eigentlich auch noch rein, deshalb... Ah, Kühler wird aber Motor kaputt. Das ist aber auch wichtig. Ah, warum kann ich das nicht auf schnelle Reparatur machen? Why? Ähm, ja, ich lasse es so. Hauptsache Lenkung und der Rest. Ähm, wie sieht es jetzt aus mit den Reifen? Wir haben noch einmal den Service Park für 70 Kilometer, also sollten wir... Nee, Quatsch. Wir können jetzt nochmal... Unsere Reifen sind in Zustand neu, aber ich könnte... Jetzt und dann nächstes Mal nochmal neue holen. Oh mein Gott, das ist ja... Wir werden hier mit Reifen umworfen. Service! Jetzt wird attackiert. Vorsichtig attackiert. Ganz vorsichtig. Oh, der Fotograf im grünen... Umzieher ist... ...auf dem Popofoto aus. Dann geben wir hier ein Popofoto. Links, 50. Leicht rechts. Oh. In späte 6 links. Halb lang über Welle. 80. Egal wie eisig jetzt... Die Hecken hier sind grüner als... ...in Mitte Europa. Langsam. Leicht rechts. 40. Tiefe Senke. In Brügel. Ai, 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 ai. Erzähl, ich hab jetzt mal geschrieben. Ich hab jetzt mal geschrieben. Ich hab jetzt mal geschrieben. Und 5 rechts, durchsenken. Und leicht links übersprungen. 60, Achtung, 6 links, lang, übersprünge. 70. Oh mein Gott, oh Gott. 6 rechts, macht zu. Und Sprung. Und leicht links, langsam, in Welle. Und 4 rechts kurz. Und 1 links über Kuppe. In Abzweigung scharf rechts. 30, leicht links. Und 1 rechts, halb lang, von Abzweigung scharf links. Schnellt und leicht rechts. Ein bisschen abgeschaltet. Oh mein Gott. Und leicht links, in Kuppe. In 6 rechts, 40. 4 rechts, 40. 5 links, kurz über Kuppe, 30. 6 rechts, halb lang. Und 4 links, über Kreuzung. Und 5 rechts, scharf. In leicht rechts über Kuppe. Langsam, 50. Leicht rechts, in 3 links, kurz. 160, über Welle. Und 2 links, kurz über Kuppe. Und 2 links, 50. Und 6 rechts, kurz in leicht links. Und 5 rechts, kurz in 6 links. Mach zu, über Kuppe, 50. 4 rechts, kurz. Und leicht links, 70. 5 rechts, halb lang, 30. Achtung, 6 links. Und 2 links, kurz. 50. 6 rechts, lang. In links, kurz in 6 rechts. Wie redet? Und links über Kuppe, und leicht rechts, 30. Kleiner Sprung. Und 5 links, 70. 3 rechts, halb lang. Und leicht rechts, in links über Kuppe, 30. 4 links über Kuppe, 40. 4 rechts, 40. 4 links, scharf über Kuppe, 30. 3 rechts, halb lang. Macht auf. In 6 links, halb lang. Oh mein Gott. In Welle, 40. Leicht rechts. Dieser Schnee. Das ist ein richtig schöner PS2-Schnee. Da ist nichts mit eintauchen. 6 rechts, über Welle, 50. Links über Kuppe, in Welle, und leicht links. Langsam, Kuppe, 60. 6 rechts, über 10, bis stop. Okay, das ist eine Zeit von 3 Minuten. 15,4. Der Schaden geht gleich weg, oder? Das war ja schon... Oh, oh, da ist ein Reifen. Hinten links. Gehört sich nicht mehr ganz so gut an. Oh, nee, das ist vorne. Aber es war nach der Zieldurchfahrt. Das heißt, der ist gleich wieder auf magische Weise weg. Richtig? Richtig? Oh Gott, bitte. Bitte. Wow, mit der Leistung können Sie zufrieden sein. Zu welchem Preis? Reifen dran. Nun, ein Service ist in Sicht, der nicht nur dem Wagen zugutekommt und dringend benötigte Reparaturen ermöglicht, sondern auch der Crew die Möglichkeit gibt, sich neu zu sammeln. Reifen dran. Start, Kuppe, 56. Kühlerzeichen weg. Yes. Oh Gott, hatte ich Schiss. Ich habe die ganze Replay mir angeguckt mit dem Gedanken, oh mein Gott, ich könnte mir mit diesem Zieleinlauf-Move ja wirklich alles versaut haben. Aber nee, nach dem Zieleinlauf vollkommen egal, was passiert. Huh. Yeah, yeah. 5, 4, 3, 2, 1, go. Achtung, Kuppe in 5 rechts, 5 links kurz und Kuppe 100. 4 links, verdeckt in 6 rechts über Kuppe 60. Leicht links, in Kuppe und Sprung. In 5 rechts, 60. 5 rechts kurz. In 4 links, halb lang, 180. Leicht rechts. Macht zu, 4, halb lang, 60. 3 links. Macht auf, 6, lang. Macht zu, und 3 links, 30. Sprung, 100. Doppel, oh, Kühler kaputt. Ging schnell. Leicht rechts, in kleine Kuppe und leicht rechts, 150. Achtung, späte 6 rechts, Übersprung, 260. 4 links, macht zu. Das war ein Vögel. In 4 rechts, lang. Das sah aber aus wie so kleine Mini-Kampfjets. In 4 links, in 5 rechts. Aber wer weiß, wie hoch die Technologie hier im Norden ist. In 6 rechts, halb lang. Macht zu, 4. In 3 links, kurz, über Kuppe. Und 4 rechts, in 6 links. Und 6 links, über Kuppe, 70. Crazy Abschnitt. Achtung, leicht rechts. Und 2 rechts, 40. 4 rechts, 30. 1 links, kurz. Und 2 links, scharf, 50. Leicht rechts. Leicht links, um 3 rechts, in Kuppe. Sofort 3 links, 30. Leicht links. In 6 rechts, durchsenke, 50. Kuppe, in 5 links. In Kuppe, langsam, 40. Leicht links, über Kuppe, 50. 3 links, macht zu, 80. Die Kuppe vertan. 3 rechts, macht auf und macht zu. In 3 links, über Kuppe. Und 2 rechts, lang. In rechts, über Kuppe. In sofort 1 links, macht zu. Und 3 rechts, kurz, 40. 3 links, macht zu. In 4 rechts, und 2 rechts. Halb lang, innen, 30. Scharf links, 40. Kehre links, macht zu. 30. Kehre rechts, kurz. In 4 links, über Kuppe. Halb lang, 30. Scharf links, kurz, 50. 2 rechts, halb lang. In leicht links, 40. 1 rechts, kurz. Und Kuppe, 30. Späte 4 links, halb lang, macht auf. In 6 rechts, über Kuppe. Warum ist mein Kühler kaputt? Und 6 links, langsam, 40. 2 rechts, kurz, 30. 6 links, langsam. Und 4 rechts, kurz. Nicht schneiden. In rechts, über Kuppe. Und 1 rechts, 30. 2 links, kurz, über Kuppe. Und leicht links. Und 4 rechts, macht auf, 40. 1 links, nicht schneiden, 30. 6 links, über Brücke. Und 6 rechts, über Kuppe. Lang, 50. Bremsen, links über Kuppe. In 4 links, scharf. Und 5 rechts, macht auf, 50. Früh 6 links, 30. 4 rechts, halb lang, 50. Und Kuppe. Und 6 rechts, über Fälle. In 6 links, über Kuppe. 50. 6 links, über Kuppe. Macht zu, 4. In 4 rechts, kurz. In rechts, über Kuppe. In 5 links, kurz. Und 6 rechts. In 6 links, 50. Links, über Kuppe. Und 3 rechts, macht auf, 60. Leicht rechts. Und links, über Kuppe. Und links, über Kuppe. In leicht rechts. Und 3 links, kurz, 60. Leicht links. Und 5 rechts. Und 3 links, nicht schneiden, 50. 4 links, 4 links. Und 4 rechts, halb lang, 120. 6 links. Und leicht rechts. In leicht links, über Kuppe. 100. Großer Sprung. 40. Leicht rechts. Und großer Sprung. In leicht links, lang. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Langsam, rechts, übersprung. 30. 5 links, über Kuppe. Und Anzweigung, scharf rechts. 50. Leicht rechts. Oh. In späte 6 links, halb lang, über Wellen. 80, über Ziel, bis Stopp. Glücks. Okay, das ist deine Zeit von 5 Minuten. Ich wollte gerade sagen, glücklicher Mensch. Ich hatte die Glücks. Anziehender Mensch. Alter Vater. Alter, hatte ich da mal gerade Glück gehabt mit der 1 rechts. Viel zu viel übersprung wahrscheinlich. Und dann war alles ein bisschen zu spät. Aber zum Schluss, dann doch ganz gut. Oh, das könnte eine gute Zeit gewesen sein. 6 Sekunden sind die alle scheiße. Ich meine natürlich, nicht so gut. Nicht so gut fahren sie. Schade. Huch. Of all. P2. Huch. Okay, und wir haben Zeit. Das ist doch super. Das kann man machen. Schnelle Reparatur soll erreicht für eine Stage. Karosserie, wir müssen natürlich glänzen. Lenkung kann schnell. Getriebe voll egal. Aufhängung ist wichtig. Lichter wichtig. Das ist der Weg. Der nicht. Aber der auch nicht. Sehr gut. Wisst ihr mal Bescheid? Rien geht's. Obwohl Motor? Wie viel? Achso, ich kann nicht Motor erneuern. Sorry, heute haben wir den Ersatzmotor nicht dabei. Schade. Habt ihr aber noch einen im Paddock rumlaufen sehen mit dem Rucksack. Aber war wohl kein Motor. Ah, what a beauty. Beauty. Und Reifen rein. 17 Kilometer. Das wird ein Hit. Will ich noch irgendwas machen? Vielleicht das Auto noch ein bisschen höher legen. Ja, komm. Das kann ja nicht schaden. Höher ist immer gut. Nochmal zum Schluss. Nochmal das Setup. Römer nochmal richtig reinscheißen. Zack, zack. Zack, zack. Oh mein Gott, ich hab Federrate geändert. Was war denn hier Standard? Zack, zack. Perfekt. We are good to go. Die letzte Etappe des Events steht bevor. Hier ist ein ausgewogenes Verhältnis von Tempo und Vorsicht gefragt. Denn das letzte, was diese Crews jetzt wollen, ist Positionen einzubringen. Start drei links. Kuppe. Viel Glück. Hei, 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 hei. Das wird ne Mordsgaudi. Oder auch nicht. Was ist auf jeden Fall schon heller, äh, schon heller als, äh, im Poscher-Video. Vier, zwei, drei, zwei, eins. Go. Drei links über Kuppe. Und Kuppe. Sofort eins rechts. In sechs links über Kuppe. Fünfzig. Vier rechts. Nicht schneiden. In drei links. Macht zu. Fünfzig. Achtung. Sechs links. Und links über Kuppe. Sofort eins rechts. Und leicht links. Dreißig. Sechs rechts über Kuppe. Macht zu. In drei links kurz. Und vier links. Nach Kreuzung. Neunzig. Kuppe. In sechs links. Übersprünge. Lang. Und Sprung. Ui. In fünf rechts. Halb lang. Macht zu. Rechts halten. Über Brücke. Und fünf links. Lang. Gebunden. Einhundert. Rechts über Kuppe. In drei rechts. Macht zu. Sechzig. Fünf links kurz. Fünfzig. Sechs rechts über Kuppe. Ich erinnere mich stark an die Montelzeit. Drei links kurz. Wird enger. In rechts rechts. Wo sie tatsächlich noch auf Schnee gefahren sind. Kuppe. Hundert. Sechs rechts kurz. In leicht links. Hundertfünfzig. Über Wellen. Fünf rechts kurz. In sechs links. Über Wellen. In Brücke. In fünf links. Macht auf über Kuppe. Siebzig. Vier links kurz. Und links über Kuppe. Fünfzig. Zwo rechts scharf. Vierzig. Kuppe. Ah, das ist... In drei rechts kurz. Die erste Stage. Und sechs links. Fünf links. Vier links. Und links über Kuppe. In fünf rechts. Und scharf links. Fünfzig. Eins rechts. Macht zu. Dreißig. Kuppe. Sechzig. Späte fünf links. Übersprung. Und vier links. Hundertfünfzig. Yes. Wie kann die im Schenkern so knifflig gewesen sein? Späte fünf links über Kuppe. In sechs rechts übersprung. Und drei rechts. Über Kreuzung. In leicht links. Und leicht rechts über Kuppe. Lang. Achtzig. Über Wellen. Sechs rechts über Kuppe. Langsam. Fünfzig. Achtung. Oh no. Oh. Problem. In drei rechts. Siebzig. Da habe ich gerade den Gang nicht einbekommen. Oh, an der Kante. Da hat man jetzt ganz wunderschön bemerkt, dass das Auto ein bisschen höher ist. Als bei der ersten Stage. Nicht mehr so hängen geblieben an der Kante. Aber auch natürlich wieder konsequent rüber gefahren. Obwohl ich eigentlich den Wissen von der ersten Stage hatte. Eigentlich den Wissen hatte. Langsam. Kuppe. Und Abzweigung. Drei links. Wird enger. Mach zu. Siebzig. Links über Kuppe. In vier rechts. Lang. Mach zu. Drei. Dreißig. Leicht rechts. In Kuppe. Und leicht links. Vierzig. Kleine Kuppe. Fünfzig. Fünf links. Vierzig. Sechs rechts. Halb lang. Dreißig. Leicht links. Mach zu. Fünf. Fünfzig. Späte vier rechts. Mach zu. Über Kuppe. Und leicht links. Halb lang. Hundertzwanzig. Fünf rechts. Und Kuppe. In leicht links. Achtzig. Achtung. Späte fünf rechts. Halb lang. In rechts über Kuppe. Und sechs links. Und Kuppe. Achtzig. Fünf rechts über Kuppe. Oh. Ich habe mich schon wieder sehr hoch in der Luft gesehen. Fünf links. In Kuppe. Dreißig. Sechs rechts. Den Sinn ist einfach. Meine Vorstellung ist gerade zu gut. Damals einfach zu viel Chorelf geguckt. Diese Drecksendung. Achtzig. Vier links. Lang. Das ist so eine Sendung. Und wenn man sie heute noch mal gucken würde, würde man singen. Ach du jede Idee. Was hat man sich denn dabei gedacht? In Kuppe. Dreißig. Leicht links über Kuppe. In sechs rechts. Sechs links. In Kuppe. In vier rechts. In vier links. Macht auf. Und leicht rechts. In vier links. Macht zu. Vierzig. Achtung. Fünf links. Wird enger. Kuppe. Dreißig. Zwo rechts. Macht zu. Äh. Und sechs links über Kuppe. Und sechs links. Halb lang. Macht zu. In sechs rechts. Über Welle. In leicht links. Fünfzig. Sechs rechts. Macht auf. In links. Oh mein Gott. Und fünf rechts über Kuppe. Dreißig. Sechs links. Halb lang. In Kuppe. Vierzig. Leicht links über Kuppe. Innen. Siebzig. Vier rechts kurz. Über Welle. In sechs links. Und Kuppe. Wird enger. Vierzig. Leicht rechts über Kuppe. In Welle. Und sechs rechts. Siebzig. Fünf rechts kurz. Über Welle. Limpig. Sechs links kurz. Langsam. Einhundert. Und vier links kurz. In Kuppe. In leicht rechts. Achtung. Und links über Kuppe. Vierzig. Leicht rechts. Dreißig. Rechts über Welle. Und sechs links. Und Kuppe. In leicht rechts. Macht auf. Oh, 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 oh. Rechts halten. Über Welle. 50. Sechs links. Über Welle. 60. Sechs rechts über Kuppe. 30. Fünf links kurz. Fünf links kurz. 50. Sechs rechts. Seltene Aussage von mir. Und vier links. Macht zu. In kleine Kuppe. In vier rechts über Kuppe. 30. Fünf links. 40. Vier rechts über Kuppe. 40. Langsam. Rechts über Kuppe. In leicht links. Und drei links. Nicht schneiden. 60. Fünf rechts. Und kleiner Sprung. In fünf links. Eine riesige Flagge. Und späte sechs links. Achtung. 30. Fünf rechts über Kuppe. Macht zu. In fünf links. Halt lang. Und Kuppe. Langsam. Und zwei rechts kurz. Glücklich. Immer noch glücklich. Ich krieg den Gang nicht rein. Immer diese, diese. Statt diese, 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 ne? Diesen Schalltunnel. Habe ich immer, habe ich immer liegt mit rechts die Wand getroffen. Am Eingang. Muss man auch erstmal hinkriegen. Oh. 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 Ah. Und gleich rechts. Dreh holen. Leicht links. Überfälle in Kuppe. Und leicht rechts. 60. Sprung. Langsam. 90. Drei rechts kurz. In leicht links. 50. Leicht links. Macht auf. Überfälle. In vier links kurz. Und fünf rechts. Überkreuzung. In sechs links. Langs links. Scheiße. Ah. Ich hätte gerne fortliegen. Und links über Kuppe. Sofort 6 rechts. Wir wissen, es kommt dann. 40. Wo ist die Konstanze? Leicht links. Und fünf rechts. Macht zu. Über Kuppe. Langsam. In leicht links. Und Abzweigung. Scharf rechts. Macht zu. Und eins links. Bei Plan. In vier rechts kurz. In rechts über Kuppe. 30. Abzweigung. Scharf rechts. Überbrücke. In scharf links über Kuppe. Wirk breiter. Und fünf rechts. 30. Cooler Abschnitt. Nicht gut gefahren, aber an sich. Schöner Abschnitt. Und sechs links. Fünf rechts. Und links über Kuppe. 90. Sechs links. Überfälle. 40. Vier rechts kurz. 30. Fünf links kurz. In sechs rechts. 40. Oh, der Tiefschnee. Hätte ich wissen müssen. Das sah da zu einladend aus, die Stelle. Leicht links. 50. Und Sprung. 40. Vier rechts kurz. 50. Leicht links über Sprung. 100. Sechs rechts kurz. Und links über Kuppe. In leicht rechts. 70. Achtung. Großer Sprung. In leicht links. 60. Sprung. 100. Spät. Sechs rechts über Kuppe. In sechs links. In sechs rechts. Innen. 80. Leicht links. Macht zu. Vier. Halb lang. Und späte vier rechts. 70. Vier rechts. Nicht schneiden. Und vier links. Oh, der Tiefschnee war wieder halb da. Mein Lenkert ist schief. Mein Lenkert ist schief. Ich muss den Boxen stopp machen. Sofort drei rechts. Macht zu. In leicht links. Das ist nicht klappt. Und leicht links. Langsam. 50. Verdeckt. Drei links. 40. Sechs rechts über Kuppe. 40. Sechs rechts. Macht zu. In sechs links. Oder ich war so zu Ende. Und später fünf rechts. Rechts halten. Über Kuppe. In vier links kurz. In vier rechts. Macht auf. Und Kuppe. 50. Sechs rechts. Und Kuppe. In späte fünf links. 30. Kleiner Sprung. 40. Späte vier links. Halb lang. Und fünf rechts. Und leicht links. Und vier links über Kuppe. Der Lenkert ist immer noch schief. Und vier rechts. Bis stopp. Okay, das ist eine Zeit für drei Minuten. Oh mein Gott, wir haben es. 45,8. Kurz Lenkertkontrolle. Wir lenken ihn gegen geradeaus. Ah ne, warte mal, warte mal. Ich lenke gerade zu Hause geradeaus. So lenke ich geradeaus. Ekelhaft. Es sah auf jeden Fall jetzt in der Nachbetrachtung nicht so schlimm aus. Aber war schon scheiße. Aber war schon schlimm. Nun. Ein Design für eine Folge. Was habe ich mir für die Mühe getan? Aber es macht mir auch echt Spaß. Die Science anzubringen. Aber wer hätte das gedacht? Winner winner chicken dinner. Wie meine Oma so schön sagt. ESL-Pubstie-Spielerin. Und das war's. Und damit endet ein weiteres Jahr dieser Championship. Habicht. Ich habe gerade mit Max telefoniert. Er war echt froh über das gute Ergebnis. Sehr gut. Fröhlichkeit. Uh. Das war ja mal. Das war ein Fortschritt. Ein Einfall. Geil. Wie geht es denn morgen weiter? Oh. Puh. Da muss ich mich aber kurz zurückhalten. Das ist ja nicht so nett. Haha. Es ist Griechenland. Ah. Es geht in der WM bergab. Aber so sei es. Alles für eine spannende WM. Leute. Morgen. Heiter weiter. Bye. Have a great time. Tschüss. Vielen Dank.